Hi! 12 Booster, 2 Pokéminaten und eine Runde Pack Bingo! Maurice, sag Hallo! Hi! Wie sind wir heute aufgestellt? Maurice wird euch unten links und rechts natürlich wieder das feine Gitternetz einrichten. Diesmal haben wir uns neun andere... Naja, anders. Wir haben es versucht. Wir haben versucht, im Gegensatz zum letzten Video, andere Themengebiete abzudecken. Und zwar haben wir das Pokémon oben links ausgetauscht zu Geronimatz. Darunter Evoli und die dazugehörige Entwicklung. Dazu muss man aber sagen, das wird sich alles über die ganzen sechs Booster, die jeder öffnen darf, ziehen. Das heißt, wenn ich Evoli ziehe im Booster 1, 2, 3, dann habe ich nochmal die Chance, in allen anderen Booster meine Entwicklungsstufe dazuzulegen. Darunter dann das Alola Pokémon. Dann machen wir weiter in der Mitte oben mit dem Reverse aber in Rare. Das heißt, es muss ein Stern drauf sein. In der Mitte machen wir mit einem Pokémon Trio oder Duo Tag Team weiter. Darunter eine Holo. Oben rechts die Trainer Tag Team. Darunter eine Donner und ein Unlicht Pokémon. Also in einem Pack. In einem Pack, ja. Und unten rechts das letzte, die Charakter-Rare. So, wir haben zwölf Büster zur Verfügung. Sie sind gut gemischt, damit sich niemand beschweren kann. Ja. Wir fangen an, oder? Starten wir. Ja. Möchtest du anfangen? Ja. Soll ich, weil ich schon direkt davor stehe. Jawohl, mach doch. So, sauber. Hier der erste Booster. Komm. So. Hast du dir inzwischen mal die Switch gegönnt? Ähm, ja. Ja, ne? So. Fangen wir an. Oje, musst du auf Sachen achten. Ja, na klar musst du drauf achten. Und? Oh, das ist eine Holo, ne? Das ist eine Holo. Also hast du schon mal die Holo. Nicht schlecht. Also ich hab dich mal auf die linke Seite gepackt. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja. Muss ja alles dokumentiert werden, ne? Ja. Aber da das gut bei euch angekommen ist, dann machen wir uns natürlich die Mühe. Das ist gar kein Problem, wie der gute Mannheimer bei uns sagen würde. Ähm, so ich muss jetzt auch mal aufpassen, was wir alles ausgesucht haben. Was war das, ne? Blitz? Donner und Unlicht. Ja, dann hab ich's doch schon. Ah, schon. Hinten ein Glas. Ja, ja. Und Geronimatz. Guck ihn dir an. Sag, na aber. So gefällt mir das. Leider keine, äh, Reverse Rare, aber vielleicht. Oh. Oh, ne Holo. Oh, das war ein Pack, mein Lieber. Der gute Geronimatz. Das war ein guter Vorboden, Mensch. Das gefällt mir. Ja, wenn du in einem Pack drei Hits auspackst für dein Bingo, dann, ja. Naja, jetzt hast du ja erst mal ein Zweites, ne? Ja, ja, alles kein Problem. So, schauen wir mal. So, oh, Tag Team. Trainer, ja wohl. Auch ein Punkt. Super. So, schauen wir mal. Ah, Donner. Aber mit Unlicht wird das nichts. Noch, ne? Noch eine Holo bringt mir leider nichts. Aber jetzt drei Holos am Stück, ne? Ja. Gibt's ja gar nicht. Drei Holos am Stück. Muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wenn du dann, äh, wenn du sagst, äh, drei Holos am Stück, ne? Dann kriegst du es nicht hin. Wenn du es brauchst, ne? Ja. So, Leute. So eine Trainer-Tag Team. Wäre was Feines, aber... Ah, Alola. Ja. Wollt schon wieder weitermachen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich habe die Seiten verwechselt. So, Revers. Rare hatte ich, glaube ich, schon, oder? Ne, hatte ich noch nicht. Jawohl. Dann kannst du mir einen Haken dran machen, bitte. Ja, sauber die Haken. Ja. Und? Leider nichts. Ja, doch. Kann man machen. Zwei Punkte in einem Hack. Ja. So. So, da, 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 da. Immer der Blick auf den Block. Oh, Blitzer legt ihr das mal auf die Seite. Ah, die Entwicklung, genau. Komm, ich mache links. Ja. Ubel bis rechts. Unlicht und Donner. Bitte abhaken. Yes. Oh, nee. Schon wieder eine Trainer-Tag Team. Ja. Und Alola. Alola, super. Das geht ja her, wie es Katzen machen, Mensch. Ja, bei dir sieht es schon ganz gut aus. Du brauchst noch die Charakter-Rare, Pokémon Duo oder Trio-Tag Team und natürlich Evoli Blues-Entwicklung. Aber ich hatte jetzt nicht vorher irgendwo ein Evoli drin, habe es nicht gecheckt. Alola, hast du leider schon? Ja, das stimmt. Ein Flauschling bringt mir halt nichts. Ein Leufeo. Und, 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 und. Ach, Groudon. Leider nicht. Dadurch darfst du das Glück verlassen auf einmal, ne? Das kann ja nicht immer verlaufen, ja. So. Hey, das gibt es doch nicht schon wieder, die Trainer-Tag Team. Ja, die könnte ich mal gebrauchen. Oh, nein. Ach, das ist okay. Steadywasser. Und, ja. Danke für nichts. Kein Problem. Hier hast du mal noch einen schönen Code für euch. Viel Spaß damit. Hallo, gönnst du den Leuten. Ja, natürlich. Muss ja auch was zurückgeben. Aber du darfst später auch nochmal gerne einen Code. Und, ja, guck mal, was fehlt mir denn jetzt noch? Ich nehme noch das gleiche wie letztes Mal. Die Charakter-Rare. Ebuli-Plus-Entwicklung. Hoch. Pokémon-Trio- oder Duo-Tag Team. Und Trainer-Tag Team. Auch wenn du es dir aus Versehen schon abgehakt hast. Ja, gut. Ein Versuch war es wert, aber... Joa, bis jetzt sieht es mau aus. Ah, letztes Mal ging das flüssiger, ne? In jedem Pack. Mhm. Ja, gut. Jetzt haben wir stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. So, ohne Licht und Donner habe ich schon wieder. Ja. Yes, Charakter-Rare. Musch auf der linken Seite abhaken, ja? Links ist da, wo du da am recht ist. Oh, yes! Und? Oh, f***. Und der Teg. Und guck sie dir an. Hat er die Mitte abgefragt, das wird es sein. Ja, jetzt habe ich natürlich verloren, ne? Da können sie nichts mehr machen. Da holt er die Mitte, Mensch. Tja, Leute. Entweder ihr drückt mir jetzt die Daumen, oder ich schaff das nicht mehr. So, mein Flammara. Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Evo-Leber sehen, aber das werde ich sowieso zum Schluss nochmal sehen. Bei der Nacharbeit. Joa. Spätestens dann. So. Oh, 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 oh. Was war das? niemals antäuschen du weißt es super das sind ja die mitte ist ja auch ein duo natürlich geil geil da hat ja war jemand die daumen gedrückt mein freund ja jetzt sieht es schon mal besser aus zerstört ja sag mal kurz an nebenbei ja also evoli jetzt noch ja oder reverse oder habe ich das hätte mir noch kümmer die ist real die ist auf dem reverse slot können wir da was machen da hatten wir uns vorhin aber guter versuch auf jeden fall ja dann kannst du mal gucken du hast jetzt auf jeden fall 246 richtig so mein lieber jetzt darfst du mal noch ein code reinhalten ein code bitte in der los los dass da noch mal ein rein hast so leute was brauche ich jetzt noch immer noch das gleiche trainer tag team charakter aber auch nicht verkehrt oder hat ein eboli ja ok schon abgehakt tut mir leid ok und ja das ist egal aber tja kevin ja ihr seht ja eingeblendet moris hat mit dass der drittletzten karte noch mal den punkt geholt somit entscheidet er das battle für sich ja das pack bingo battle blitzer hat mir gar nichts gebracht weil eh wohl ich will ja weiß wenn man wenn man gewinnt dann ist mein spendierlaut da packst du noch mal den gönnjamin aus jetzt gönne ich euch haben eine top trainer box vom verborgenen das schicksal unten steht es ja nicht schlecht viel spaß damit alles klar dann danken wir euch fürs zu sehn wir hoffen euch hat es wieder gefallen schreibt es in die Kommentare wir sehen uns beim nächsten Video Tschüss Tschüss